Aus dem Nichts heraus flatterte dieser Brief in meine Wohnung, Kündigung der Wohnung wegen Eigenbedarf. Damit hatte ich nicht gerechnet und ich war überhaupt nicht bereit, mich von meiner Wohnung zu trennen. Hast du dich auch einmal in einer überraschenden Situation wiedergefunden, in der du dich gerne kurz mal mit Gott hättest austauschen wollen? Was sagst du dazu? Das ist doch unfair. Doch hier musste ich entscheiden, wohin jetzt und auch meine Enttäuschung nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Zwei Bibelferse gehören für mich in unsicheren Zeiten und auch sonst zusammen. Ich wünschte ja, sie würden direkt untereinander stehen, denn für mich hat ihre Verbindung ganz viel Kraft. Psalm 27, Vers 13 Der wichtigste Punkt ist immer, dich für das Vertrauen zu entscheiden. Dieses Wort kommt in beiden Versen und so, so oft in der Bibel vor. Vertraue fest darauf, dass du sehen wirst, wie gut Gott zu dir ist. Das ist genau das, was Gott dir auch sagen würde, wenn er in solchen Momenten vor dir stehen und er direkt zu dir sprechen würde. Vergiss nicht, die Bibel ist Gottes Wort. Du hörst ihn durch sein Wort. Und denke bei jedem Schritt an ihn, bei jeder Entscheidung, die du zu treffen hast. Das lässt dann keinen Raum mehr für Enttäuschungen, sondern öffnet deinen Horizont für Wow, vielleicht will Gott mir etwas Besseres, mehr geben. Wenn Gott nimmt, dann gibt er. So habe ich es erlebt. Denn die Wohnung, in die ich dann nachziehen durfte, war so viel schöner, größer, freundlicher. Ein wahres Zuhause. Gott meint es gut mit dir und er plant schon wieder, wie er dir noch mehr geben kann. Vertraust du ihm? Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen. Du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt. Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen. Und du wirst mich verstehen. Weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.